Ugo Tucci war ein italienischer Wirtschaftshistoriker. Leben und Werk Tucci wurde an der Universität Rom in Rechtswissenschaften promoviert und arbeitete als Privatdozent für Wirtschaftsgeschichte. Nach Studien in Frankreich am Center National des Recherches Historiques zu Paris wurde er Archivar. Nach seinem Amt als Direktor des Staatsarchivs in Triest und als Souverintendente Archivistico schlug er doch noch eine Universitätskarriere ein. Zunächst lehrte er an der Fakulta die Lettere der Universität Triest, dazu an der Universität Venedig. Genauer an der Fakulta die Economia e-Commercie, an der Fakultät für Wirtschaft und Handel. Ermutigt von Gino Luzzatto widmete er sich der Wirtschaft der Renaissance und publizierte 1957 die Briefe des Händlers Andrea Berengo. An der Ecole Bratitis Hautes Etudes in Paris lernte er Lucia Febvre und Fernand Braudel kennen, mit denen er ebenso zusammenarbeitete. Wie mit Ruggiero Romano und Alberto Tinenti. Tucci arbeitete an der Encyclopedia Enaudi und an der im selben Verlag erschienenen Historia d'Italia mit. Und zusammen mit Ruggiero Romano am Band Economia Naturale Economia Monetaria mit. Auch arbeitete er mit Getano Cozzi und Marino Berengo zusammen. 1981 erschien seine Monografie über Händler, Schiffe, Münzen im 16. Jahrhundert. Darüber hinaus arbeitete er an mehreren Bänden der gewaltigen Storia della Cultura Veneta und vor allem an der Storia di Venezia mit, deren Mitherausgeber er war. Außerdem war Ogo Tucci Präsident der Kommission für die Publikation der Documenti Financiari della Repubblica di Venezia, die für die Wirtschaftsgeschichte der Republik Venedig eine zentrale Rolle spielen, dann Vizepräsident des Direktivkomitees der Storia di Venezia. Schließlich war er Mitglied des Ehrenkomitees des Instituto Internationale di Historia Economica Francesco Dattini in Prato. Am 10. November 1992 wurde er emeritiert und kehrte nach Umprien zurück. Noch 2008 veröffentlichte er über Simon Giogali, einen venezianischen Händler des 17. Jahrhunderts. Seine Witwe Hannelore Zugtucci, selbst Historikerin, stattete über das Instituto Veneto di Science Lettare et Arti einen Wettbewerb mit 5000 Euro zum Gedächtnis für ihren verstorbenen Ehemann aus. Ausgezeichnet werden damit seither unveröffentlichte Arbeiten zu den Themen Kreisen, Händler, Pilger, Reisende in der mediterranen Welt. Werke Alla Origini dell'Ospirito Capitalistico a Venezia, La Previsione Economica in Studi in Honore di Amintore Fanfani. Nel Venti Cinque Nudi Cattedra Universitaria, Mailand 1962 B.D. 3, 545-557. Un problema di metrologia navale, laborte Veneziana in Studi Veneziani, nur war Serie 9 201-246. Tarife Veneziane e Libri Toscani di Mercatora in Studi Veneziani x 65-108. Credenze Geografische e Cartografia in Giulio Enaudi, Storia d'Italia, B.D. 5, Turin 1973 x 48-85. Convertibilita e Copacere metellica della monete del banco giro Veneziano in Studi Veneziani, nur war Serie 15 349-448. Costi Ereca Vidiona Gallera Veneziana e Primi del Cinque Cento in Studi Veneziani, nur war Serie 16 109-175. Lungheria Eglia Profici Nementi Veneziani di Bovini nel Cinque Cento in Studia Humanitatis. 2, Rapporti Veneto Ungeresi all'Epoche dell'Rinas Cimento, 1975 x 171. I Servici Maritimi Veneziani per il Pelle Grenadio in Terra Santa nel Mediovo in Studi Veneziani 12 43-66. I Libro dell'arte di Mercatora di Benedetto Cotalli, Venedig 1990. I Lestini a Stempa dei Prezii dei Cambia Venezia in Studi Veneziani, nur war Serie 25 1533. 3, Nel Zetet Cento, il Commercio Maritimo Veneziano e i Tata Tizio i Barberi in Boletino Storico Pisano LXII 25-45. TRA Venezia e 4 Enze, Lies Critscher Contabili in Studi Veneziani, nur war Serie 27 1540. Commercio su lunga distanza e capitalismo a Venezia in atti e memoria della società savonese di storia patria, nur war Serie XXXII 33 189-203. Venezia e Dintoni, Involuzioni e Transformazioni, Rom 2014 ISBN 9788867283071. Confero Veneziano e Cotalli, Nel Savio Levino, Nel Zetet Cento, Nel Zit edition 1. Confero Veneziano e Adam DSrich Cotalli, B вд α Everyone G Dwo你 bónd inod النOW y B plus Yangbarого Cotalli.